So meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Ich entscheide mich dagegen jetzt Twilight Town zu besuchen, weil ich hab Bock eher auf diese Welt und darum nicht groß reden, sondern direkt loslegen. Ja, mit dem neuen Highwind. Ja, ist das toll. Ich hab irgendwie gerade so einen richtigen Gaming Flash, muss ich feststehen, zugekriegendem Hearts. Aber es macht Spaß. Muss ich auch feststehen. So, jetzt fliegen wir los. Ja, das ist es. Ja, geht ab doch. Das ist super. Ja. Das Modell ist geil, wenn wir Highwind. Wow. Weil es ändert extra wieder ein Mews, der geht. Oh, geht ab hier. Es geht. Schild von mir. Laser Plus. Oh, 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 oh. Ja, es ist hier aber herrlich. Oh, und hör mal, wenn man sie einbaut. Lass, wir sind in Ruhe. Siehst mich nicht so. Cross. sería doi. Kann ich mich aufhalten. BAM Oh, das ist nicht so sehr Oh, wasser? Was ist das? 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 Oh! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin sicher, ob ich das Teil überhaupt aushalten kann, aber... Damit sind wir auch wieder... Wuh! Denke ich mir auch gerade... Oh, ein halber... Valentin... Minijab hier mit... Okay... Hm... Nicht sicher, was das gerade gemacht hat, aber gut... Ja, es geht jetzt weiter... Und zwar... Wie ihr seht, sieht das ja nach... Halloween Town aus... Ja... Halloween Town... Das ist Halloween... Das ist Halloween... Hast du... Heide... Spannende Musik... Die Kräle... Woah... Das hier ist Halloweentown, stimmt's? Ja, ich sehe dir das versierde Halloween-Aktro. Wow! Hey, das ist der Zero. Wie geht's dir, mein Kleiner? Ich glaube, wir sollten ihm folgen. Aber Halloweentown ist eins meiner Lieblings. Okay. Wow. Die Musik ist super. Wofür ist denn das? Zora, Donald und Goofy! Willkommen zurück und frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten? Du meinst wohl frohes Halloween? Ja, natürlich. Halloween-Grüße von Jack Skellington, dem Kürbiskönig! Pardon, aber ich bin in Weihnachtsstimmung. Ich will dieses Jahr der Meister der Weihnacht sein. Und brauche dazu Niki Graus Segen. Deshalb bin ich unterwegs ins Weihnachtsland. Niki Graus? Ich glaube, er meint Nikolaus. Sind das nicht tolle Dekorationen? Dieses Jahr gehört Weihnachten uns! Aber zuerst müssen wir Sally besuchen. Sie arbeitet an etwas, ohne dass kein professioneller Weihnachtsmann auskommt. Kommt mit. Ich zeig's euch. Okay. Weihnachten im Halloween-Stil. Sehen wir es uns mal an? Los, Beeilung! Ich zeig's euch. Ich zeig's euch. Hallo, Doktor. Wo ist Sally? Siehst du denn nicht, dass ich mitten in einem Experiment stecke? Hey, das ist viel zu schwer. Dann werfen wir es. Das lasst mal schön bleiben. Los, hör damit! Und ab damit! Dumm Köpfe! Jetzt ist mein Experiment in Rauch aufgegangen! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Bist du fertig geworden? Ich will es meinen Freunden zeigen! Tut mir leid, Jack. Ich... Ich brauche noch etwas Zeit. Oh! Na, kein Problem! Solange es bis Weihnachten fertig ist... Ha ha ha! Ha ha ha! Ich muss los! Ich muss los! Ich muss so schnell wie möglich Niki Graus treffen! Es war schön, euch wiederzusehen! Bis bald dann! Ich will den Nikolaus treffen! Und wie heißen die gleich wieder... Herzlose? Die gehören definitiv nicht zu uns! Aber Donald, Goofy und ich schaffen sie dir vom Hals! Und dann besuchen wir Nikolaus! Los! Die Arbeit ruft! Habe ich schon mal gesagt, dass ich das Outfit von... Zack hat Jack draußen! Von... Monsieur Soda sehr geil finde! Kurze Aufzeiten! Beste ever! Karte! Sehr schön! So, speichern wir erstmal... Ich speichere jetzt mal auf meinen neuen Platz, weil... Äh... Die anderen Aufnahmen noch nicht hochgeladen sind! Ganz einfach eine Aussage! So, dann boxen wir noch kurz... Was? Nee, nicht überschreiben! Dann boxen wir noch kurz... Herzlosen ins Gesicht und dann kann es weitergehen! Da hört die normalen Herzlosen... Hört her ihr! Ihr Wesen! Auf Befehl des Bürgermeisters! Verlasst Halloweentown auf der Stelle! So hilf mir doch jemand! Ich bin nur ein gewählter Vertreter des Volkes! Ich kann das nicht alleine schaffen! Jack! Wir machen das! Genau! Woah! Und das ging nicht... Aber ganz ehrlich... Diese Palette kann... Echt keine Einfall... Echt keine Einfall... Das ist ein Tandik... Das kann doch nicht... Warte die Krone! Oh, wasser? Oh, wasser? Ah! Wow! Zack! Bam! Wie soll Nicky Kraus denn bei diesem ganzen Tohuwabuhu die ganzen Sachen entspannt angehen können? Also gut, Leute. Nicky Kraus braucht Leibwächter. Denkt ihr, ihr kriegt das hin? Wir? Sicher. Und was bringen wir nächstes Mal mit? Einen ganzen Eimerraupen. Oder was viel Grausigeres. Wer ist das? Eine alte Scharkel. Schweigt! Eine Hexe? Hm. Vielleicht könntet ihr drei mehr nützlich sein. Kommt mit, Kinderchen. Ich lehre euch die wahre Bedeutung. Grausig. Oh, yeah. Auf ihr Leibwächter, zum Weihnachtsland geht es da lang. Die Tür liegt im Wald, gleich hinter dem Friedhof. Ja, und da geht es nächste Folge hin. Ich mach hier kurz einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder in Halloween Town. Genau. So, bis dahin. Macht's gut. Ciao.